Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir haben eine Pistole seit Neuestem. Wir müssen irgendwas abknallen. Wie zum Beispiel die Scheibe. Die Scheibe zum Beispiel. Hallo, stirb endlich. Jetzt braucht man aber mehrere Schuss für das Ding hier. Okay, wir hätten ja uns ja auch nochmal erstmal hier umschauen können anscheinend. Aber ging ja auch so, ne? So sind die radikale Art. Ausgangsritual. Weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rösten. Tja. Das tut mir leid für euch. Und durch die Spalte will ich jetzt nicht gehen. Hat der hier noch irgendwas für mich? Nee, ne? Gut, dann gehen wir hier mal durch. Ups. So. Oh. Ja, dann reden wir mit ihm mal. Oh nein. Nein, nein, nein. Ja, warum hilft sie ihm denn nicht? Also entweder sie hilft ihm oder nicht. Aber da so befesselt und gut, dem kann man wahrscheinlich nicht mehr viel helfen, aber trotzdem. Trotzdem. So, hier sind wieder die Monitore und du guckst da immer noch hin. Da gibt es doch nichts mehr zu holen. Achso, du kannst hier gucken. Fehlende Ausrüstung. Fehlende Ausrüstung. Okay. Dieses Objekt zu öffnen, benötigen sie den Dietrich. Oh, es gibt jetzt hier sogar Dietrich, ja? Aha. Ist ja interessant. Aber wir haben hier unseren Superhaken und den kriegen wir auch die Türen auf. Zumindest diese. Waffen wechseln. Wechseln sie mit Steuerkreuz Waffen Munition. Kann ich das denn jetzt auch mal? Ja, immerhin die Pistole. Aber bei den Pfeilen kann ich da auch bitte die nicht giftigen Pfeile einfach nehmen. Nein, das wollte ich nicht. Nee, das, ja, ist halt so, wie es ist, ne? Vielen Dank für die Kiste. So, dann haben wir das auch geholt. Und kann ich jetzt hier auch rüber? Aber ich kann durch den Schacht, okay. Oh, oh. Oh, oh. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Willst du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Du kannst ruhig. Ganz ruhig. Du kannst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt, eine nach unseren Vorstellungen. Wie krank ist das, unerwartete Entdeckung? Finden Sie einen Weg ins alte Gefängnis? Was mache ich denn jetzt hier mit all den kranken Typen? Ich kann mich, glaube ich, nur von Ort zu Ort vor... Das ist schnell. Genau. So schnell dahin. Den von hinten? Finden mich dann nicht die anderen? Nein. Nein. Das war schlecht. Das war scheiße. Ja. Und hier jetzt auch gleich, weil... Oha! Das steht ja direkt hinter mir. Ach. Ich bin immer noch... Alter, Feuer! Mann gekoffen! Kabel schossen! Ach. 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 Habe ich. Und da war noch jemand oben, ne? Oder? Ich wollte ihn eigentlich ganz leise von hinten. Aber das muss ich noch üben. Aber manchmal ist das ja auch noch spannender, wenn man irgendeine Scheiße baut. Und der Typ tut mir so leid. Ganz ehrlich. Wie fies ist das bitte und was ist das für ein... Wieso habe ich die Flasche in der Hand? Ähm, wie fies ist das bitte, jemanden die Augen auszudrücken? Das tut mir megamießig leid und ich kann nicht mal mit ihm reden, ne? Ich meine, der leidet schon genug. Von daher, echt... Weiß gar nicht, ob es sogar besser wäre, den gleich zu erlösen. So, was kann ich jetzt hier machen? Ich hätte auch mal eine Pistole gehabt, aber ich kämpfe gerne mit Fallenbogen. Also das war jetzt kein Fehler. Weil eigentlich wollte ich es, wie gesagt, leise machen. Hm, und ich soll den Tank zerstören. Was ist mit ihm? Ja, er wird mir zwar angezeigt, aber ich kann noch nichts machen. Soll ich den da jetzt hilflos liegen lassen? Das ist doch noch schlimmer eigentlich. Kann ich das da oben abschießen? Ne. Gut. Dies mit Feuerkram und so. Soll ich mal die Pistole eben nehmen? Ne, das bringt mir nicht viel. Kann ich vielleicht nochmal von hier nach oben? Ja, ich kann hier nach oben. Brennbare Barrieren. In hellweißen Stoff gewickelte Objekte oder Öl können angezündet werden. Ja. Da sind, so sind wir auch hier schon hergekommen. Genau. Aber wie? Mit, mit den Kannen da unten, ne? Weil noch haben wir keines. Kommt bestimmt aber noch. Noch haben wir ja keine... Du wißt schon. Keine brennbaren Pfeile, wollte ich sagen. Okay, was soll ich machen? Oh. Leute, wo kommt ihr denn her? Ja, kannst du den mal jetzt... Ja. Wollte ich dir die Leiche ausrauben. Na? Der Feuer ist der Revolver wahrscheinlich nicht gut genug, ne? Aber der ist. Hallo. Geht doch. So, kannst du den jetzt nochmal bitte mitnehmen? Weil irgendwie wollte sie ihn jetzt nicht x-en. Ja, okay, sie will ihn immer noch nicht x-en. Ja, dann nicht. Dann gibt's bei dem nichts zu holen. Da ist noch was zu lesen. Okay. Was ist mit dem Stern und was ist hier? Nichts, okay. Dann gehen wir mal wieder. Ich hoffe, ich hab nicht so viel übersehen. Ist das hier wieder ein neuer Lagerplatz? Sieht's aus mit Heilung. Oh. Ich sollte vielleicht mein Skype mal ausschalten. Sorry. Sorry. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal. Gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingebt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprach von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Ja. Die Shivas-Tochter, die gerade bei Skype online gekommen ist, spielt übrigens auch im Moment Rise of the Tomb Raider. Das fand ich jetzt lustig. So, wir können neue Fähigkeiten verteilen. Kämpfer, Nahkampf und Heilungsfähigkeiten. Und ich würde sagen, wir bleiben bei Kämpfer, weil wir hier jetzt viel mehr kämpfen als vorher, als jetzt zum Beispiel jagen. Dick heute, ich sehe allein weniger Schaden durch feindlichen Beschuss. Nahkampf, der Effekt verstärkt sich mit der Herz aus Steinfähigkeit. Das ist super, das nehme ich. Ich bin nämlich noch nicht so gut. So, ich muss ja noch üben hier, ne? So, das war die eine Fähigkeit. Haben wir nicht sogar noch einen? Ne, wir haben gar keine mehr Schaden. Das eine Mal hatten wir zwei Punkte. Aber wir können unsere Waffen verbessern. Unseren Bogen. Das machen wir mal. Gewickelte Sehne haben wir schon. Was können wir denn nochmal sehen? Sehnen-Nocken. Pfeil-Nocken an der Bogensehne ermöglichen eine schnellere Pfeilaufnahme und höhere Schussfrequenz. Anwendbar bei allen Bögen. Toll. Juhu, neues Upgrade hergestellt. Damit ist unser Bogen jetzt noch besser mit unseren tollen Sehnen-Nocken. Ja. Gewachsene Sehne. Ja, das kommt noch alles. Aber immerhin. So, jetzt habe ich hier oben irgendwas. Handfeuerwaffen. Und da gibt es was. Mondschatten. Mattschwarze, halbautomatisch, schwere Pistole mit einer Einlegearbeit aus Elfenbein am Griff. Upgrades verfügbar. Aha. Polierter Lauf. Ein polierter Lauf reduziert die Schussabweichung und erhöht den Schaden. Ja, dann machen wir das mal. Das ist ja toll. Einer von Larrows ersten Pistolen. Finde ich gut. Und vor allem, wenn man so bedenkt, dass sie ja später irgendwie immer mit ihren Automatiks kämpft. Und typischerweise immer diesen Zweien. So, wir sind hier in dieser Regionsübersicht. Nur so für euch. Will mal wissen, wo wir sind. Oh, was stand da noch? Mit den Relikten und so. Zwei von drei. Drei von vier Dokumenten. Gräber abgeschossen. Eins von... Okay. Das gehört wahrscheinlich noch zum Ort davor. Gut. Dann wollen wir mal weiterlaufen. Und weiter üben. Und weiter Dinge vermasseln. Und unser Leben retten. Oder es nochmal versuchen. Würde mich nicht wundern, wenn hier eigentlich noch irgendwo was zwischenliegt. Ja, bin ich schon vorbeigelaufen. Alles klar. Hab's gesehen. Ich weiß gar nicht, was ich hier immer so finde. Und das wird auch nicht immer angezeigt. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Der da wäre? Muss hier mit dem Seil Ding irgendwie runterrutschen, ne? War hier noch was, was ich übersehen habe. Außer dem kleinen Häschen. Das lasse ich aber mal leben und hoppeln. Na, dann wollen wir mal. Wie sollen wir das denn bitte schaffen? Missionen. Einem Verbündeten zu helfen bringt ihnen nützliche Belohnungen ein. Ich bin kein Feind. Aha. Hallo. Wer sind sie? Das klären wir später. Wenn sie antworten wollen, hören sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturn zerstören. Aber es gibt Repeater, über die sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen sie mir. Und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Kommunikationsausfall. Missionsbelohnung. Dietrich, diese Mission an dem Jahr. Anzeige für optionale Missionen. Der Überlebensinstinkt kann Orte und Objekte markieren, die für den Abschluss von Missionen entscheidend sind. Ja. Immer so aktuell nach der Mission, die man gerade macht? Oder wie? Benutz doch mal dein Ding. Fehlende Ausrichtung. Dieses Objekt zu helfen benötigen sie Dietrich. Wie toll. Na toll. Warte, ich will noch mal hier vorher in die Ecken gucken. Da weiß man ja nie, was man hier so findet. Hm. Ja. Das bekomme ich noch nicht runter. Nee. Schade. Was hier? Wieso steht dieses Eichhörnchen hier und tut nichts? Hallo. Das möchte ich nicht töten, weil es so niedlich ist und vor mir stehen bleibt, ohne wegzulaufen. Mein kleiner Freund das Eichhörnchen. Hallo. Sagt alle Hallo zu dem kleinen Eichhörnchen. Wir nennen es Bibi. Bibi das Eichhörnchen. Und seine kleinen putzigen Freunde sind auch hier. Aber das ist eine andere Geschichte mit den Rehen und den Häschen. Die ja alle rumtollen, als hätten sie noch nie Menschen gesehen. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Ach ja, der Roth. Das waren noch Zeiten. Gräber abgeschlossen und so weiter. Ja, ich weiß, ich habe hier noch nichts geschafft. Ach so, er kommt schon wieder um die Ecke, weil er sich langweilt. Nee, ich habe noch mit den... Ich habe noch nicht alle gefunden. Ich habe noch mal mit Bibi geredet. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Vielleicht... Da liegt noch was. Kann man das auch nehmen? Sprachkenntnis erhöht. Kann jetzt Russisch Stufe 2 besitzen. Das ist natürlich super. Das ist ja schön. Das nimmst du auch noch mal mit? Ist hier noch was? Nee. Kann man hier nach oben? Nee. Man muss ja alles abchecken. So, ja. Jetzt können wir übersetzen und so und weiter. Was sollen wir da hinten lang? Dann machen wir das mal. Machen wir uns mal auf die Socken hier mit den Funktürmen wieder. Erinnert mich auch sehr stark an das vorige Spiel. Man kann ja echt viel hier einsammeln. Da ist noch so ein Seilding. Ich glaube, das nutzt uns noch nicht viel. Klettern hier mal um die Ecke, damit wir da hochkommen. Hier müssen wir wieder rum. Immer muss sie hangeln und klettern. Und da unten gehen Bibis Freunde der Hirsch und das Reh und kann Nickel spazieren. Jetzt sind wir hier drin, ne? Das ist ja lustig. Und noch ein Vogelnest. Und dann gehen wir hier hoch. So, und lass mich raten, hier sind wieder neue Feinde. Würde mich ja wundern, wenn nicht. Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Oh. Wie schön. Du kriegst es nicht auf. Na toll. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Hm. Alles noch sehr mysteriös hier. Was ist hier noch? Das brauche ich nicht. Da ist noch was. Und dann soll ich hier vielleicht über das Gebirge stapfen. Und stapfen. Hallo. Kleines Häschen. Weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Völlig die Orientierung verloren. Tja. Was macht man denn da mal? Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Ich muss jetzt hier irgendwo das Grabjagd erlegen und heute ein Zitiere, um Ressourcen zur Erstellung von Ausrüstung und Outfits zu erhalten. Okay. Ich soll also wieder mehr jagen. Bibi und seine Freunde sind dran. Ja, es tut mir leid, Bibi. Aber wir müssen ja nicht Bibi töten. Wir können ja auch andere nehmen. Wie zum Beispiel da hinten. Äh. Äh. Wölfe und so. Äh. Kleiner anderer Wolf, wo bist du? Kleiner böser Wolf, der auf einmal hektisch auf mich zugerannt kam. Müssen mehr Informationen aus den Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörsicht. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ja, und vielleicht haben wir jetzt hier sogar das nächste Grab auf einmal gefunden, obwohl ich eigentlich das andere machen wollte. Aber das macht ja nichts, weil das ist ja auch toll bei Rise of the Tomb Raiders. Wenn man Gräber findet. Und hier haben wir so einen Obelisken. Wenn wir den nochmal entziffern. Karte aktualisiert. Monolith entdeckt. Monolith meine ich ja. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe. Aber ich verstehe es nicht genau. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Und wir kriegen es bestimmt auch nochmal einmal irgendwann in diesem Spiel zu sehen, dass ich einen Pfeil direkt abschieße auf irgendetwas, was direkt auf mich zugelaufen kommt. Das ist nämlich voll doof. Wenn man das nicht kann oder noch üben muss. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Bis dann.